Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal RobinsFinanzWelt. Heute habe ich hier jetzt die NIO-Aktie für euch dabei. Ja, ihr habt sie euch hier in der Analyse gewünscht. Ihr habt fleißig abgestimmt, es war sehr, sehr knapp. Deswegen, wie schon gesagt, ich werde die Hims & Hers-Aktie als nächstes auch mit dran bringen. Aber jetzt erstmal hier der Abstimmungssieger NIO für euch. Das haben auch einige in die Kommentare geschrieben. Auch Darktrace werde ich hier nochmal mit in die nächste Abstimmung mit aufnehmen, weil ich es auch sehr, sehr spannend finde. Und jetzt aber hier erstmal zur NIO-Aktie. Wir schauen uns hier die aktuellsten News zu NIO an, gehen so auf eine Kurzanalyse zusammen ein, also mal so die wichtigsten Zahlen oder die prognostizierten Zahlen in den Jahreszahlen und schauen uns auch den Chart zusammen an und wie gesagt, was hier eigentlich passiert ist, warum es hier um über 60% nach unten gegangen ist. Ja, bevor wir aber starten, würde ich mich mega freuen, wenn ihr hier ein kostenloses Abo dalasst und die Glocke aktiviert, um keine weitere Analyse und kein Video mehr zu verpassen. Würde mich natürlich echt mega freuen und dafür könnt ihr bestimmen, was auf meinem Kanal gezeigt wird. Und dann würde ich sagen, wir starten jetzt auch direkt los mit dem aktuellsten Newsflow und warum sich vielleicht hier das Europa-Wachstum bzw. die Europa-Expansion etwas verlangsamen wird. Klar, die steigenden Preise für Energie und Rohmaterialien, die belasten NIO und sorgen eigentlich so ein bisschen in doppelter Hinsicht für gewisse Verzögerungen, was jetzt die Europa-Expansion angeht, sie sollte ja dieses Jahr bereits beginnen und sie braucht jetzt ein bisschen mehr Zeit als vorher geplant. Und auch das Ziel von NIO, kurzfristig profitabel zu werden, wird vorerst nicht erreicht. Das schauen wir uns nachher auch aber zusammen in den Zahlen an, was da zumindest prognostiziert war und ob es jetzt wirklich erreicht werden kann. Man warnt jetzt hier auch davor, dass eben die Energiekrise das Ganze deutlich verlangsamt, weil eben die steigenden Energiekosten da sind. Und das stellt vor allem für die Einführung dieser Batteriewechselstation, die NIO ja anbietet, so ein kleines Hindernis dar, weil natürlich mit den gestiegenen Energiepreisen wird es ein bisschen schwieriger mit den Batteriewechselstationen und so liegt das Unternehmen bei der Installation der Station bereits hinter dem Zeitplan zurück, was sie sich vorgestellt hatten, doch auch so ein bisschen die Notwendigkeit, Transformatoren zu installieren, die eben für den Betrieb der Station einfach unerlässlich sind und auch der Bau von den ganzen Geschichten bis zu zwei Jahre dauern kann. Und das stellt natürlich eine aktuelle Hürde dar und auch einen Kostenfaktor. Und in Norwegen, das ist ja Nios erster Markt außerhalb von China, wurden daher bisher nur zwei Batteriewechselstationen installiert. Geplant waren eigentlich bisher schon fünf, also man ist mehr als die Hälfte zurück. Und bis 2025 will aber NIO hier tausend Stationen außerhalb Chinas platzieren, hauptsächlich davon bei uns in Europa. Und das wäre natürlich eine coole Sache, weil sie planen so, das wird benötigt, da NIO eben die Kunden anbietet, die Autos ohne die Batterien zu kaufen und die Batterien dann sozusagen zu leasen und du kannst sie dann bei dieser Wechselstation wieder abgeben. Und dadurch erhofft man sich eben einen Wettbewerbsvorteil, weil es kein anderer anbietet. Es ist natürlich die Frage, wie wird es angenommen? Und man kann hier schon mal für Norwegen sprechen. Die Strategie scheint an sich aufzugehen. In Norwegen leasen ungefähr 95 Prozent der Kunden die Batterien und das ist wirklich stark. Also schon ein richtig, richtig guter Anteil. Man muss mal schauen, wie es im Rest von Europa läuft. Und da eben die aggressive internationale Expansion erheblich finanzielle Mittel beansprucht, rückt auch das Ziel der Profitabilität eben in absehbar Zeit in weitere Ferne, muss man sagen, wieder. Aber NIO hat hier auch jüngst eine neue Fabrik in Ungarn eröffnet. Und wie gesagt, das trägt natürlich auch ein bisschen zum Kostenfaktor bei und natürlich auch die gestiegenen Rohstoffpreise. Also alles in allem ist das so ein bisschen der Gesamtfaktor. Ja, natürlich aber an sich die Expansion wird NIO zugutekommen. Die Frage ist halt, wie schnell kann das jetzt passieren? Es müssen trotzdem erst Kosten oder Geld in die Hand genommen werden dafür. Für mich ist aber bei einem Wachstumsunternehmen auch immer wichtig, für was wird das Geld verwendet? Also wird es irgendwo verpulvert oder rausgegeben oder nur für Marketingzwecke benutzt und es bringt im Endeffekt nichts? Oder wird es wirklich für eine Expansion, wie jetzt hier bei NIO verwendet, dann können die Langfrist-Aussichten zumindest sehr, sehr gut ausschauen. Ja, kurz- und mittelfristig, glaube ich, wird es ein bisschen holprig. Das glaube ich auf jeden Fall. Langfristig, wenn sich diese Batterie-Wechselstationen zu einem Vorteil oder zu einem Wettbewerbsvorteil hervortun, dann kann ich mir wirklich vorstellen, dass NIO hier Chancen am Markt hat. Aktuell schaut es noch ein bisschen schwieriger aus. Und wir schauen uns dazu jetzt einfach mal den Chart zusammen an. Wir haben auch heute wieder ein Minus von 3,71%. Stehen bei 14,54 Euro. Also hatten hier jetzt auch wieder einen Verlaufstief. beziehungsweise hier bei 12,10 Euro. Sind jetzt auch wieder durch die 200- und durch die 50-Tage-Linie nach unten durchgebrochen. Hier schaut der Chart schon etwas düsterer aus, wenn wir uns das mal mit, vorher zum Beispiel mit BYD vergleichen. Hier kommen wir von 37,84 Euro eher. Und hier haben wir nicht wirklich so eine breite Side-Reds-Range, sondern wir kommen wirklich von oben nach unten angerauscht. Sind hier, haben hier aber irgendwo einen Stopp oder einen Boden gefunden. Man sieht es hier an dieser W-Formation. Dann ist der Kurs erstmal wieder nach oben abgeprallt. Hat es auch geschafft, die 50-Tage-Linie zu kreuzen. Und seitdem befindet man sich aber in so einer breiteren Seitwärtsphase. Zuletzt aber eher in einem kleinen Abwärtstrend, muss man sagen. Hier wäre jetzt der nächste Stopp wieder bei den knapp 12 Euro als ganz, ganz wichtige Marke. Das mal wieder hier zum aktuellen Chart. Bevor wir uns jetzt so ein paar wichtige Zahlen anschauen, kurz und knapp, gern unten mal in meiner Videobeschreibung vorbeischauen. Da habe ich euch Canwell verlinkt. Ein richtig cooles Tool für Geschäftsberichte. Ihr könnt hier richtig tolle Sachen damit machen. Auch Unternehmen finden, auf die ihr vielleicht gar nicht gekommen seid. Weil ihr könnt das Premium-Abo kostenlos testen und dann natürlich auch weiter verlängern. Und das Ganze kostet hier nur 20 Euro im Monat. Ich selber nutze das auch. Ich finde es richtig, richtig toll. Ihr könnt hier zum Beispiel Begriffe eingeben, wie zum Beispiel Essen, Trinken und dann findet ihr im Unternehmensfinder vielleicht auch Unternehmen, die ihr noch gar nicht auf dem Radar hattet, die aber in letzter Zeit hier sehr, sehr gut performt haben oder auch gute Geschäftsberichte gezeigt haben. Also gern mal unten vorbeischauen. habe ich euch gleich oben in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann schauen wir uns jetzt eben hier NIO mal genauer im Wachstumscheck nochmal an. Wir haben hier 6 von 15 Punkte. Es ist ja okay, aber eher noch im schlechteren Bereich. Rein das Umsatzwachstum gesehen ist sehr, sehr stark. Das werden wir auch gleich in den Jahreszahlen zusammen sehen. Haben wir 44,6%. Das durchschnittliche Umsatzwachstum auf zwei Jahre liegt sogar bei 114%. Also Gratis-Umsatzwachstum ist für mich bei einem wachsenden oder bei einem Wachstumsunternehmen sehr, sehr wichtig. Im Quartal gegenüber dem Vorjahr ist man um 21% gewachsen. Natürlich, der Trend ist aktuell 0 von 5 Punkten. Die Performance minus 33%. Auf 12 Monate eben knapp diese 60%, also minus 59. Und der Abstand zum gleitenden Durchschnitt, also zur 200-Tage-Linie, die wir gerade gesehen haben, beträgt knapp 29%. Also da ist man schon ein wirklich, wirklich gutes Stück entfernt. Was für mich hier ein guter Wert ist, ist Börsenwert im Vergleich zur Verschuldung. Also die Kapitalaufnahmefähigkeit liegt bei 6,45% und ist somit sehr, sehr gut. Man sieht hier aber auch die schön steigenden Umsätze. Und man wird zumindest zwar noch nicht die schwarze Null, aber man wird profitabler wie die Vorjahre. Jetzt schauen wir uns noch auch den Qualitätscheck an. Gut, der hat nur 4 von 15 Punkten. Wie gesagt, ist auch noch kein Qualitätsunternehmen, sondern einfach ein Wachstumsunternehmen. Wir haben ja aber zumindest eine Stabilität vom Umsatzwachstum auf die letzten 5 Jahre von 93%. Das spricht für das Umsatzwachstum. Ja, die Eigenkapitalrendite ist noch gigantisch unterirdisch bei minus 1400%. Die Rendite auf das eingesetzte Kapital bei minus 68% und die Marge bei minus 69%. Also das schaut alles nicht gut aus. Auch die Volatilität ist aktuell noch sehr stark. Das haben wir jetzt auch wieder zu spüren bekommen mit 13,9%. Was aber wieder gut ist, das spiegelt sich auch gerade zu den vorherigen Werten wieder, ist die Finanzverschuldung. Die liegt hier bei 24,3%. Das mal hier zum Qualitätscheck. Und dann schauen wir uns hier noch die Ergebnisentwicklung in den Jahreszahlen an. Und auch da seht ihr schon die prognostizierten Umsatzzahlen. Die sollen stetig raufgehen. Und ab dem Jahr 2024 möchte man hier zumindest planmäßig positive Zahlen schreiben. Das könnte sich jetzt eben ein bisschen nach hinten verschieben. Man weiß jetzt nicht so wirklich, ob hier die Prognosen schon mit drinstecken jetzt mit der aktuellen Energiekrise. Falls nicht, plant man vielleicht irgendwo so in Richtung 2025. Alles, was natürlich früher kommt, ist tiptop, muss man sagen. Aber das ist ja auch schon in den nächsten zwei bis drei Jahren. Man sollte ja für mich persönlich zumindest ein Invest immer langfristig sehen, gerade was Wachstumsaktien betrifft. Aber hier sehen wir es schön. Dieses Jahr sollen wir bei 58 Milliarden liegen. Nächstes Jahr bei 105 und 2024 bereits bei 142. Das Ganze aber natürlich hier in Heimatwährung angegeben. Und das EBITDA erstmals positiv im Jahr 2024. Und auch da möchte man eine positive Umsatzrendite von 1,33 Prozent einfahren und auch eine positive Nettomarge von 0,71. Und ihr seht auch, wir kommen von den letzten Jahren von immer höheren negativen Nettomargen auf immer bessere mit aktuell minus 14,1. Nächstes Jahr planmäßig mit minus 3,35. Also man wird immer profitabler. Und auch der Gewinn pro Aktie soll dann 2024, wie gesagt eventuell 2025, das erste Mal zu Buche stehen. Schreibt mir doch jetzt gerne unten in die Kommentare, ob ihr NIO in eurem Depot habt, wenn vielleicht zu welchem Anteil, ob ihr nachkauft und was ihr hier persönlich für die Zukunft denkt. Ja und dann würde mich natürlich wieder interessieren, welche Aktien wünscht ihr euch? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare und schaut auf dem Community-Tab vorbei und stimmt da fleißig ab. Ich werde hier jeden Tag wieder Analysen auch bringen beziehungsweise euch abstimmen lassen, was ihr sehen wollt, weil ohne euch wäre der Kanal gar nicht möglich. Und deswegen ist es mir wichtig, was ihr für Analysen beziehungsweise auch Updates sehen wollt. Ja und wenn ihr es noch nicht getan habt und euch mein Video und mein Kanal gefällt, dann lasst doch hier jetzt gerne kostenloses Abo da und aktiviert auch kostenlos die Glocke, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Ich liefere euch dafür Content und die aktuellsten Analysen würde mich natürlich mega freuen. Ja und das war es von meiner Seite. Ich wünsche allen einen schönen Tag, freue mich aufs nächste Video und bis zum nächsten Mal. Ciao!